...kommen. Genau das meine ich doch. Mein erster Auftrag. Hey! Aus dem Weg! Los! Mach's schon! Schnell! Ich weiß, wie man mit den Leuten spricht. Fahr los! Entschuldigung. Verzeihung. Ich muss mal durch. Schönen Tag noch. Hier, abbiegen. Links! Ratschen! Da gleich wieder rennen. Wow! Juhu! Hast du das gesehen? Ich bin wie ein Lobby mit Fell. Ah! Jetzt links! Sie haben ihr Ziel erreicht. Jetzt wissen wir, was passiert, wenn man Besserwisser das Feuerwerk überlässt. Die Paw Patrol? Was macht die denn in der Abenteuerstadt? Chase, richte eine Absperrung ein. Das ist ein Fall für Chase! Das ist ein Fall fürachi! Besserwisschen, oder? Besserwisschen! Besserwisschen! Herr Bürgermeister, wir müssen sie hier rausholen. Eine Frechheit, dass die Paw Patrol meine Party ruiniert hat. Äh, da lang. Ich kann diese Hunde nicht ausstehen. Jeder weiß, dass die Katzen lieber mögen. Ich kann sie nicht leiden. Ja, doch. Hey, hey, wartet auf mich. Die Feuerwerkslöscher sind am Berg. Wir brauchen mehr Wasser. Puh, Wasserdüsen. Ja, ganz genau das habe ich gemeint. Gut gemacht, Marshal. Dankeschön. Rocky, du bist dran. Okay, dann übernehme ich jetzt. Und zusammenfressen. Nitziglich holprige Angelegenheit. Sehen euch an. Absperrung ist eingerechnet. Ryder, auf dem Balkon sind Leute vom Feuer eingeschlossen. Ich übernehme das. Verstanden. Schleudersitz. Heilschirm. Es wird alles gut werden. Ich hole sie hier runter. Whoa! Whoa! Ryder, Hilfe! Marshal, Chase braucht Hilfe! Ich komme! Zurücktreten. Nicht so nah an den Rand. Wir müssen ihn runterbekommen. Alles gut, mein Fellfreund. Ich hab dich. ��도록 zu nutzer. Das war so. Na, auf dem Кingang, wird alles gut sein. Bis zum nächsten Mal. Wer verhält man leist.